schon ein bisschen mehr als nur ein paar tage kann ja immer noch zweier spielen oder die ich hab mich weg ich dachte ich krieg das nicht mehr fast ein bisschen kräftig sorry oh gott den habe ich nicht gekriegt sorry kriegen wir noch wenn er gegen die wand kommt hab ich den oder dich ja ich wollte auch gegen die wand wenn du merkst warum ich da hochgegangen bin ich wollte ihn da wegballern aber ich bin ja auch hochgegangen mussten ja eh irgendwo oben abwehren geht ja nicht anders ich hab nicht gemeckert das war mehr so ein fuck ich hab mich hingekriegt kann ich mach 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 nehm ich nehm ich nehm ich so schön auf 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 gebounced leider komm mit vor hab ich oh god nehm ich naja ist gut ich nehm ich muss den boost holen ich nehmt vor nehm ich oh shit hab er den weg haben sollen und nicht ins tor fahren sollen wo du vorbeigeflogen bist anstatt den zu contesten passiert naja Zeit hätte ich genug gehabt nehmt nehmt blöden vorwärts spieler nicht aufbauen nehmt im mittelfeld joa ein kleiner quetschball ah rip nehmt den hab ich verkackt rückwärts fahren funktioniert einfach nicht wenn wir spielen also also zumindest ich hole booste hinten ah fuck den krieg ich nicht oh scheiße ich bin hinten ich bin hinten ich bin nirgendwo mehr schnell genug an den bällen grad ist mir leid den nehm ich aber jetzt mal im mittelfeld da kommt ja ich hole hinten boost bin hinten das ist die springen übel dran vorbei und ups ich hab'n doch noch hoch gekriegt aah scheiße im mittelfeld mhm da betatscht der den der wichser nehm ich ich hab'n ich hab'n einfach nur double jump jetzt hier da hab'n ne das war'n einfacher sogar nein das war auch'n double jump ok das sah'n nichts für aus also ich kann grad echt nicht einschätzen ob die leute ob die grad einfach glück haben oder ob das absichtlich sieht ja so scheiße aussieht bei denen ich hab'n oh Gott zu hoch? ja zu hoch vor allen Dingen dafür dass die die bessere Winkel hatten und ich dann irgendwie auch in die glückte Sonne gucken musste von dem scheiß Welt hier war zu weit nach hinten nicht gar nicht so sehr zu hoch sondern zu weit nach hinten der flog quasi direkt schon über mich hör'n hey tss spakt oder mein tss spakt hier mit dem Bin hinten Ach scheiße Schade Wow Einstor Aha Langsam kann er nicht gerechnet von meinem Schuss Ach Bin hinten Nämlich What the fuck Damit hat auch keiner gerechnet Vor allem ich nicht Den Eingricht hab ich mich echt confused gelassen oder? Ich hab das beide so ein bisschen confused gelassen Hat keiner gerechnet, dass du den irgendwie noch da rein zirkelst Ich auch nicht Ach Gott Ich hab grad keine Abschätzung mehr und nicht abspielen muss, sorry Das war wieder meiner Mein Brain ist grad irgendwie zu langsam Brain Trink den Energy Drink mit nem Schuss Kaffee dazu Ich mag keinen Kaffee Wow Also ich hab bei mir getacht nachdem er ihn berührt hat Aber sehr gut, dass er trotzdem in unsere Richtung fliegt Oh Gott Oh Gott Den hinten Oh nein Oh nein Ball tickt wieder anders Ich nehm den Tag Oh Oh Schönen Dank Ich bin hinten, wo wurde dreimal der Boost abgefuckt, leider. Ist ok, ist ok, alles gut. High five gegeben. Hab ich, hab ich. Ich bin hinten, ich bin hinten Boost, in der Mittellinie, brauchst du mich? Ne, du brauchst mich auf jeden Fall. Bleib hinten. Ich hab ihn grad nicht reingekommen, auf jeden Fall. Ich bin hinten. Wo ist das? Ich bin hinten. Ich bin hinten, war? Und wir vor Mittellinie, Mitte? Ne. Ne, mich. Ich hab ihn nur abgelenkt. Ich hab ihn auf jeden Fall rausbefördert. Er ist aber noch nicht safe. Ne, ne. Okay. Dann denkst du, ach, lass mich doch einfach hier in Ruhe mein Ding machen. Oh, scheiße. Ja, das ist mir gedacht. Ne. Nope. Nope. Geh ihn nicht. Dankeschön. Den hast du jetzt aber. Nur halb. Da ging wieder irgendwie komisch hinter mir gegen die Wand. Ach, scheiße. Zu spät. Ich bin hinten. Einmal. Von hinten. Von hinten. Der war fies. Der sah dann ganz schön schmutzig aus. Muss ich auch noch mal angucken, der Junge. Ja. Den hast du auch noch gebammt, ey. Sollte ich mich dreckig fühlen deshalb? Ein wenig, oder? Ich denk mir halt so, okay, brauchst nicht hinfahren. Wenn die anderen schon, oder brauchst nicht nehmen, wenn die anderen schon haben. Also, dass der den nicht bekommen hat, damit hat keiner gerechnet. Der kratzt wieder mein Dach. Ah, shit. Ah, ich hab ihn weggeballert. Oh, schön. Da kommt noch ein Tor raus, glaub ich. Nein. Oh, auch nicht. GG, man. War ein bisschen knapp. Können wir allen. Hey, Division 3. Auf jeden Fall wieder mein Boost. Wunderhübsch. 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 Der Quetschball des Todes. Ja. Macht keiner mehr Watsch. Wunderhübsch. 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 So ging es mir vorher auch immer. Und ich bin irgendwie rumgeflogen. Ich hab die Kontrolle verloren. Scheiße. Wunderhübsch. Ja, was passiert? Oh, oh. Dankeschön. Ich werd gebombt. Von hinten. Bin im Tor. Oh Gott. Den krieg ich nicht. Im Mittelfeld. Sehr schön. Ich dachte, da geh ich dann krieg ich den. Aber der stand irgendwie seitlich dazu. Nee, der war irgendwie verwirrt, weil der ist so komisch zurückgefahren. Gerade dort siehst du es noch. Und dann hat er falsch gedreht. Ja, rückwärts. Rückwärts gefahren. Das ist ein Mistake. Er stand seitlich dazu. Er dachte, ich mach ihn direkt. Und ich hab einfach in die Mitte gerollt. Ah, da bin ich nicht da. Wo bin ich denn nicht da vorne? Oh Gott. Den hast du gerade... Oh, ganz gefährlich. So. Oh, bisschen knapp. Wow. Na, da kommt nichts. Bei nem Tor. Ey, das ist ja safe. Ups, der ist für dich. Nehm ich. Nehm ich. Nehm ich nicht mehr. Nehm ich jetzt. Oh, schau. Oh, schau. Wenn ich wieder nicht da... Oh, schau. Sorry, ich hätte das ansagen sollen. Das nervt mich jetzt ein bisschen, weil das... Komma, richtig. Nimm, Tor. Rinden. Wuhuuu, flieg mal. Bin am Tor, bin am Tor. Der Tor wurde gebammt und der andere Tor ist vorbei geflogen. Den Tor habe ich ins Tor befördert, da fließt es gleich, wie er fliegt. Batsch. Der andere würde sich immer so, ach komm, ich hätte noch warten wollen, aber ich... Ne, ne, mach safe, mach safe. Hab ich letztens schon gemacht. Was? Ich habe den Gegner weggebammt, wie so ein Irren. Nulls? Was denn jetzt passiert? Mich hat einfach auf den Rücken gedreht plötzlich, wenn ich gegen den Ball gefahren bin. Was ist das denn? Autsch, dead. Oh. Hab ich? Sorry. Kommt. Ben hasse. Ben hasse. Nö. Hab ich. Sag mal, leckt hier einer von uns irgendwie ein bisschen bitter? Das sind komische Sachen. Oh nein. Falscher Winkel. Komm, Winkel. Ben. Ne, den hat er mir noch geklaut. Ups. Neh mich. Ich hab hier keinen Boost. Das kommt in deine Richtung. Oh oh. Dankeschön. Ich hab immer noch keinen Boost. Ich hol mir jetzt einen Mittel-Boost, dann geh ich da ran. Den wollte ich grad nehmen, du sagst du, ich soll mir einen Mittel-Boost. Ah. Wenn man in den scheiß Ecken nicht springen kann. Ne, du bist ja einer gebogenen Ecke, da darf man nicht springen. Das ist aber die Tarde, die Physik. Wenn du ein bisschen hoch fährst, kannst du nicht mehr springen. Ich weiß. Ui. Könnte bald in mir gewesen sein. Ach, ne fucking Waffle. Nice.